Was könnt ihr ohne mich? Ihr seid so schwach, so arm. Warum kommt ihr nicht zu mir und bittet mich um Hilfe für euch und auch für jene, die ich euch mit auf den Weg gebe? Was könnt ihr ohne mich? Bringt mir doch eure Herzen. Und wenn ihr so oft und immer wieder in der Versuchung unterliegt, kommt doch und bittet mich um Verzeihung. Wisst ihr nicht, wie gerne ich vergebe? Immerzu ist meine Liebe bereit, euch wieder und wieder ins Herz zu schließen. Ja, ihr könnt mich nicht oft genug um Erbarmen bitten. Ihr denkt in euren eigenen Grenzen. Meine Liebe dagegen kennt diese Grenze nicht. Sie trägt ja das Siegel der Vaterliebe. Und nichts ist größer und erhabener, gütiger und langmütiger und so überrehe ich am Erbarmen als die Liebe eures himmlischen Vaters. Amen.